Hey Girl! Maria, schon lange nicht mehr gesehen. Maria, nicht? Gülsha, du machst doch etwas mit so Data, Analytics. Wir machen Swisscom zu einer Smart Data Company. Cool, 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 cool. Jetzt weiss ich ja, dass Swisscom über 20'000 Mitarbeitende hat. Könntest du nicht schauen, ob es so ein Match gibt für mich? Danke, dass du fragst. 35 bis 42 städtisch, sehr gerne in Therapie. Ich glaube, unsere Guidelines lassen das nicht zu. Maria, das sage ich doch niemandem. Computer says no. Also muss ich jetzt wieder vor dem Mannen-WC stehen und schauen, wer rein und raus geht? Wenn du wissen möchtest, ob Swisscom als Smart Data Company der perfekte Match ist für dich, dann kannst du nachschauen unter www.swisscom.ch-karriere.